Herzlich willkommen, ich begrüße euch ganz feierlich zu dieser Preview als Mod-Vorstellung für den neuen Fahrplan für Bremen-Oldenburg. Die Mod wird gebaut vom guten LP-Gamer. Release-Datum noch nicht ganz bekannt, die Mod ist aber schon recht weit, aber darauf gehen wir ein bisschen später ein. Das ist Teil 1 von mindestens zwei Videos, die ich dazu jetzt machen werde. Das zweite Video wird morgen folgen und dann werden wir gucken, ob wir uns vielleicht direkt noch in kurzer Reihenfolge oder Abfolge uns noch ein drittes Mal hier umgucken. Auf jeden Fall versuche ich euch ein bisschen den Fahrplan vorzustellen. Das Ganze ist, wenn man auf Bremen-Oldenburg geht, ist das nämlich so, dass wir diesen 2008er Fahrplan haben, der ursprünglich mit der Strecke mitgekommen ist. Und jetzt haben wir diesen 2024er Fahrplan und da können wir die Dostos fahren, Baureihe 103. Da haben wir auf jeden Fall zwei interessante Fahrten, Sonderzug zur Nordsee und zurück. Wir haben die Dostos und damit werden wir auch gleich unterwegs sein und zwar einerseits hier in Verkehrsrot, andererseits aber auch als IC2 und auch als Metronom. Das werden wir uns gleich angucken und wir werden gleich IC2 fahren. Die Baureihe 155, die ist hier im Güterverkehr unterwegs. Ihr seht sehr viele Fahrten, sehr viele verschiedene Fahrten. Es gibt hier keine genaueren Details bei den Zugdiensten, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Die Baureihe 182, die genau die gleichen Fahrten machen kann, genauso wie die 185. Ich denke mal, das wird alles das Gleiche sein. Die 187 ebenfalls am Start, auch die hier im Güterverkehr unterwegs. Vectron ist dabei. Auch das müssen genau die gleichen Fahrten sein. Genau. 363 haben wir dann. Rangierarbeit, Regio, Auftrag 1 für 30 Minuten. Interessant auf jeden Fall. Genau. Talent 2 haben wir. Da können wir Ausbildungsfahrten machen. Das ist nämlich super interessant, dass das hier nachgestellt ist, dass dort Ausbildungsfahrten auf der Strecke stattfinden. Eigentlich sind dort nämlich gar nicht Talent 2 Züge unterwegs, aber wir tun mal so, als hätte unser Eisenbahnverkehrsunternehmen diese Strecke, würde diese Strecke dann demnächst befahren. Und jetzt geht es halt eben darum, Ausbildungsfahrten auf der Strecke zu machen. Wir haben die 642 hier im Nordwestbahn-Design mit Repaint von Hanna. Können wir hier fahren? Die 146 genauso eben wie die Dosto-Steuerwagen ebenfalls hier im Fahrplan beteiligt. Baurei 425 ist mit dabei. Da seht ihr es. Fährt, glaube ich, auch die Nordwestbahn-Züge im Grunde genommen. Baurei 101, Intercity natürlich, das ist ganz klar. Ja, Intercity-Züge nach Leipzig, Emden, Norddeich, Mole, Cottbus und Prim. Also auch einiges dann wieder mit dabei zur Auswahl. Die Foslo G6, auch da können wir wieder diese Rangierarbeiten machen, ICE 3 am Start. Und zwar Breitstellung, eine Zugfahrt, noch eine Zugfahrt, eine Abstellung und eine Entsorgung. Okay, was auch immer das ist, interessant. Interessant, 185 hatten wir schon, auch hier 185 hier und Baureihe 401, ICE 1 ebenfalls hier am Start. Auch hier wieder eine Entsorgungsfahrt. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll, aber interessant. So, also so viel erstmal dazu. Wir fahren jetzt heute ICE 2. Nein, gar nicht. Wir fahren heute Metronom, würde ich mal sagen. Weil, ja, wann sind wir das letzte Mal ein Metronom? Ach nee, genau, das Problem mit Metronom ist nämlich folgendes. Der Metronom fährt nämlich gar nicht auf dieser Strecke in Realität im Jahr 2024 zwischen Bremen und Oldenburg. Sondern wir haben hier nur diese Bereitstellungsfahrten. Und zwar, ich denke mal, zum Bremer Hauptbahnhof. Denn von Bremen aus fahren die dann nach Hamburg und so weiter. Dementsprechend können wir den Metronom nicht auf der ganzen Strecke hier fahren. Sondern, ihr seht, es sind immer nur diese Bereitstellungsfahrten. Dementsprechend, wir fahren jetzt ICE 2 von Salzburg-Rosenheim, ihr seht's. Und dort fahren wir hier um 15.30 Uhr den ICE 24-33. Machen uns noch ein bisschen Bewölkung mit rein, ein bisschen Wind mit rein. Und ich würde sagen, along-sie. Dann schauen wir einfach mal, was der Fahrplan dann jetzt in Realität für uns bereithält. Ich kann euch jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, wann genau der Releasen wird. Das Ganze ist nur eine Preview hier erstmal. Und immer noch Work in Progress. Da gibt es sicherlich Dinge, die vielleicht nicht 100% final und perfekt sind. Da einfach mal beide Augen zudrücken, wenn ihr da irgendwas seht. Aber gerne das Feedback noch in die Kommentare mit rein. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal und dann schauen wir uns in Ruhe um. Erstmal, erste Sache, die mir richtig toll auffällt. Ihr seht's hier oben links. Es ist 15.30 Uhr und wir müssen erst um 15.35 Uhr los. Das heißt also, wir haben ganze 5 Minuten, um in Ruhe hier aufzurüsten, was einfach super ist. So. Einmal aufgerüstet. Jawohl. Bremsschlüssel auf 1. PZB machen wir an. Zugsammelschiene starten wir. Fahrmotoransicht und Türen auf. Soundmod vom guten Justus ist übrigens auch mit dabei. Müsste, glaube ich, vom Justus sein. Ich bin mir nicht mal 100% sicher, aber müsste eigentlich von ihm sein. Soundmod gibt es jetzt nicht mit dem Fahrplan mit dazu. Und jetzt seht ihr das Interessante an der Sache schon. Das ist der IC2. Repaint wird dann, glaube ich, mitgeliefert, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Fahrplan. Oh, ihr seht's. Da fehlt ein bisschen was von der Anzeige. Aber gut, dann ist das so. Ich glaube, dafür können die Modder dann nichts, denke ich mal. Ja. Und es ist nicht nur eben ein Repaint von außen. Das Ganze übrigens nur für den PC. Ich hoffe, ich habe es erwähnt. Für die Konsolen geht das natürlich nicht. Von innen sieht das Ganze nämlich auch so aus. Ihr seht's. Wir haben hier unten den Teppich. Und dann haben wir auch die Sitzbepolsterung wie Intercities. Dann können wir hier sitzen und sind einfach im Intercity unterwegs. Natürlich ist das jetzt nicht baugleich der Intercity, der in Realität unterwegs ist, der IC2. Aber ich finde, das passt soweit. Ja, mal lassen wir die Wagenbeleuchtung an. Ich würde sagen, wir gehen auch mal nach hinten und gucken uns auch mal die erste Klasse an. Das ist ja die zweite Klasse hier. Wir schauen uns auch mal die erste Klasse an. Die ist nämlich ganz hinten. Im letzten Wagen. So, einmal hier rein, unten die zweite Klasse auch. Und oben dann die erste Klasse. Auch hier entsprechende Sitzbepolsterung, die Texturen ausgetauscht, verändert. Sind jetzt nicht hoch aufgelöst, aber ehrlicherweise müssen sie das auch nicht sein, weil am Ende geht es ja darum, die Züge zu fahren. Oh, was sind das denn für Ansagen? Habt ihr das auch gerade gehört? Interessant auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich finde das nicht schlimm, dass die Texturen jetzt hier so ein bisschen vermatscht sind, weil, naja, also, ne? Es geht ja darum, dass wir am Ende fahren. Und es ist, man darf nicht vergessen, es ist eine Freeware-Mod. Das ist, da hat jemand freie Zeit investiert, seine eigene Zeit und stellt das kostenlos zur Verfügung. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Und da nochmal einfach ein riesengroßes Dankeschön ausstellen an dieser, an diesem Moment. In diesem Moment. Weil es ist wirklich der Wahnsinn, was da in Arbeit reingeflossen ist und reinfließt. Wir haben uns den Thread vom LP-Gamer auch schon sowieso das ein oder andere Mal zusammen angeguckt. Ja, also, wer da häufiger zugeguckt hat, der weiß, wie viel da wirklich an Herzblut auch drin steckt. So, dann einmal die Türen zu. Sonnenblenden runter. Sie verlassen wir wie immer aus. Schauen, ob wir die Lichter... ...und hinten zweimal rot. Und dann gucken wir uns einfach mal ein bisschen auch noch im Bahnhof hier oben. Ihr seht, hier vorne die 146 ist gerade ausgefahren. Wohin fährt er denn? Nach Norddeich Mole, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Bad Zwischenahn. Okay, das ist dann schon der nächste Zug. RS-30. Hier haben wir den RE-18 mit 911 Minuten Verspätung. Okay, was auch immer da passiert ist, ignorieren wir es einfach. Schlechte Performance hier im Bahnhof. Ui. So. Genau, und wir haben noch eine Minute. Können gleich die Türen schließen und abfahren. Herrlich. Ich schaue mal, dass morgen auf jeden Fall noch ein zweites Video rauskommt. Zu der Strecke. Beziehungsweise zu dem Fahrplan, dass wir dann irgendwas anderes noch fahren. Vielleicht dann im Güterverkehr noch unterwegs sind. Dass ihr einfach mal sehen könnt, was euch hier so ein bisschen erwartet in diesem Fahrplan. Ich danke nochmal dem LP-Gamer ganz herzlich dafür, dass er mir vorab das Ganze zur Verfügung gestellt hat. Und mir die Möglichkeit gegeben hat, hier so ein bisschen auch zu previewen. So, Signal ist Zeit noch Halt. Dürfte aber jetzt gleich umspringen in ein paar Sekunden. Wir haben die Türen etwas sehr früh geschlossen. Und ich kann euch in der Zeit mal einmal ganz kurz vorlesen, was an Payware benötigt wird für den Fahrplan, damit man den voll und ganz ausfahren kann. Und zwar Bremen-Oldenburg. Das ist ganz klar, die Strecke. Dresden-Riesa. Die Maintalbahn. Kassel-Würzburg. Köln-Aachen. So, ganz kurz auf Signal geschaut. Okay, wir dürfen hier, ihr seht es, mit dem Ersatzsignal fahren. Und auf geht's. Zugbeleuchtung machen wir noch an. Und Pultbeleuchtung gerne auch noch. Ein bisschen Führerstandsbeleuchtung. Auch wenn wir hier jetzt natürlich nicht wirklich großartig in Tunneln unterwegs sein werden. Es ist ja der hohe Norden. So, da werden wir jetzt mit Befehl 40 drüber fahren. Ah, schön. IC2, herrlich. Wir gucken uns gleich da vorne auch mal um, was da so an Gütern abgestellt ist. An Güterzügen. Beziehungsweise, ja doch, an Güterzug-Waggons. So, Befehl 40 leuchtete auf. Ihr habt es kurz gesehen. Dann können wir die Taste auch loslassen. Dann passt das soweit. Und kurz mal hier geguckt. Ja, ein bisschen was ist abgestellt auf jeden Fall. Die V60 am Rumrangieren. Sehr schön. Genau, also wo war ich, was an Paver benötigt wird. Kassel-Würzburg wird benötigt. Für den ICE 1, denke ich mal, vor allen Dingen. Vielleicht auch für die Dostos. Wobei die Dostos sind von Salzburg-Rosenheim. So, gehen wir einmal hoch auf die 40. Haben. Ah, ich weiß gar nicht, ob wir Zwischenhalte haben. Ich denke aber nicht. Immerhin sind wir hier heute als Intercity unterwegs. Wir schauen gleich mal. Wir müssen nämlich über ein Geo überfahren. Und dann sehen wir, was als nächstes dort steht. Okay, wir müssen den Hude anhalten. Okay, gut. Dann halten wir den Hude an. Machen wir. Die linke Rheinstrecke wird benötigt. Unter anderem für die Baureihe 103. Die Niddertalbahn, die Semmeringbahn, Salzburg-Rosenheim. Die DBBR 363. So, wir dürfen auch 60 fahren. Wir sind aus der Beeinflussung mittlerweile befreit. Baureihe 155. Baureihe 193. Und BR 101. Das ist alles, was man so an Payware hier sehen wird auf der Strecke. Was im Grunde genommen alles ist, was wir so an deutschsprachigen haben im TSW-Bereich. Und da bin ich einfach mal gespannt, was uns da jetzt noch so entgegenkommt. Wie das Ganze sich hier so gestaltet. Und wir dürfen einmal hoch auf die 120. Vmax sind für uns 160 natürlich. Als IC2 dürfen wir 160 kmh maximal fahren. 185 Grad entgegenkommen mit Laers Autotransportwagen von, ich glaube, Altmann. Schön bunt, die ganzen Autos. Sehr toll. Also einmal auf die 120 hoch. Und ab jetzt dürfen wir auch 160 direkt fahren. Ne, gar nicht. Dürfen wir jetzt noch nicht. Dürfen wir erst später. So, wir sind ein bisschen zu schnell. Also die dynamische Bremse ein bisschen rein. Zusätzlich, wenn man das N-Wagen Repaint von Hanna hat, sind die auch im Fahrplan mit drin. Genauso wie die für die 642. Und hinten dran schiebt die 146. Oh, ich würde sagen, wir können uns noch ein bisschen mehr bewölkern, oder? Etwas mehr Bewölkung gönnen. Dann finde ich das Ganze immer noch ein bisschen schöner von der Beleuchtung her. Oh. Oh. Was war das? Hat das was mit der Sound-Mod zu tun oder mit dem Repaint, frage ich mich jetzt gerade. Ich glaube, das ist das Repaint. Hm. Ich fand mich gerade, gab es nicht in irgendeiner Form irgendwie eine Möglichkeit, eine Ansage loszulassen? Ich weiß es nicht mehr. Nee. Na egal. Einmal auf die 160 hoch. Das sind übrigens die Salzburg-Rosenheim-Dostos. Ich kann auch natürlich das Fenster aufmachen. Und bis Hude sind es noch gut. Zehn Kilometer. Ja, das ist jetzt eine weitere Mod, die erscheint, weil wir den PC-Editor haben. Und also man sieht schon, der ist definitiv für Dinge zu gebrauchen. Also nicht nur Projekte, die irgendwie angekündigt werden. Sondern Dinge tragen auch Früchte, diese Projekte. Und das sieht man dann hier einfach sehr, sehr gut. Also jetzt haben wir halt einen neuen Fahrplan für Bremen-Oldenburg. Man muss natürlich auch so ein bisschen Glück haben, je nachdem, was man gerade für einen Zug erwischt. Ist dann jetzt gerade in diesem Augenblick sehr viel auf der Strecke los oder halt eben auch nicht. Also ich habe jetzt nicht vorher, ich bin jetzt nicht vorher diesen Intercity hier abgefahren und wusste dann, okay, jetzt wird richtig viel los sein. Sondern ich habe mir den einfach rausgesucht, weil ich mir dachte, jo, das ist doch mal was ein bisschen Besonderes hier. Das können wir doch einfach mal machen. Ich habe das Gefühl, mir fehlen so ein bisschen die Fahrsounds von außen. Aber ich glaube, das hat was mit der Sound-Mod zu tun, die ich hier noch drauf habe. Da muss ich nochmal in Medias Res gehen. Irgendwie fehlt mir nämlich so ein bisschen der Sound. Ne? Aber egal. Ja. Ja, also ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher. Vielleicht verträgt sich die Sound-Mod auch irgendwie jetzt nicht mit dem Repaint. Und irgendwas ist da ein bisschen schiefgelaufen. Aber ignoriert das bitte einfach, was hier den Sound angeht. Irgendwas läuft hier, glaube ich, nicht 100% so, wie es sollte. Aber darum geht es ja auch gar nicht hier. Es geht ja wirklich eher um den Zug hier. Und darum, dass wir den jetzt einfach hier im Fahrplan fahren können. So, vier Kilometer noch. Ich würde sagen, wir können mal an dieser Stelle ein kleines Foto machen. Dann haben wir das nämlich, glaube ich, auch mal erledigt. Genau. Machen wir einmal, zack, so. Den haben wir reingezoomt. Einmal die Schärfen dich für runtergenommen. Und ein, zwei Fotos geschossen. Ein bisschen getrainspottet. So. Hervorragend. Dann haben wir das auch erledigt. Okay, meine Damen und Herren. Wir erreichen in wenigen Augenblicken Hude mit einer Verspätung von wenigen Minuten. Falls Sie hier aussteigen wollen, erzählen Sie uns bitte warum. Denn keiner weiß so genau, was man eigentlich in Hude machen soll. So, einmal runter auf die 120. Dynamische Bremse ist voll drin. Ob hier gelten 120. Und wir lösen einmal aus. Und ziehen wieder an. Dass wir ungefähr mit 60 am Bahnsteigsanfang sind. Jawohl. 425 fährt gerade ab. Ach, schön, diese Bremssounds. Klingt ein bisschen wie so ein Bienenschwarm, ne? So. Wir sind übrigens der IC2433. Also die IC33 ist da leider ein bisschen abgeschnitten. Hier auch. Türen zu. So. Keiner, der mal am Zug dran hängt. Nein, das ist doch super. Dann einmal. Leistung aufgeschaltet. Und los geht's. Nächster Halt ist Delmenhorst. Und zwar in gut Fahrplan mäßig in sieben Minuten. Da müssen wir uns jetzt ordentlich mal ranhalten. Ich würde sagen, einmal Hebel on the table fast. Und jetzt aber wirklich mal Leistung aufgeschaltet. Ah, okay. Flachstellen wollen wir auch nicht haben. Das war ein bisschen zu viel Leistung. Zu viel gewollt. So. Und wir durften 150 fahren. Delmenhorst in 12 Kilometern. Irgendwas klackert hier die ganze Zeit. Was klackert denn hier eigentlich? Weiß ich gar nicht, was hier so klackert. Aber wie gesagt, dass wir den Sounds hier so ein bisschen jetzt ignorieren. Sehr schön. Das ist der falsche Stromabnehmer, oder? Eigentlich müsste der hintere Stromabnehmer oben sein. Also der von uns aus gesehen hintere Stromabnehmer. So. Jetzt nicht schneller als 160 werden. So. Ah, das macht wirklich Spaß hier zu wissen, dass man im Fahrplan jetzt hier noch so viel mehr noch machen kann. Dass man allein schon jetzt hier den Intercity noch sehen kann. Theoretisch. Und auch noch Metronumzüge. Und ich glaube, da sind wirklich viele spannende und interessante Formationen auch mit eingebaut. Da bin ich schon sehr gespannt. Das Ganze, wie gesagt, Work in Progress hier, was ich euch auch zeige, das ist nicht die finale Version. Das heißt also, wenn es hier irgendwas an, ja, wenn euch irgendwas an Fehlern auffällt, kann gut sein, dass da noch dann dran gearbeitet wird. Oder dass es vielleicht erst mal so releasen wird, aber es in Zukunft ja vielleicht noch Updates geben kann und gewisse Fehler, die vielleicht noch irgendwie auftauchen, auch noch dann behoben werden könnten. 6 Kilometer noch bis Delmenhorst. Ja, ich wollte gerade Trainspotten, aber warten wir noch, bis wir an dem Zug dort vorbeifahren. Sehr schön. 4 Kilometer noch. Und das ist auch echt jedes Mal, irgendwie in einem Baum, wenn man in die Kamera geht. Ich würde sagen, einmal hier hingestellt. Och, das ging schnell. Ankündigung auf 120. Auch mal weitestgehend mit der dynamischen Bremse. Ja, funktioniert auch ganz gut soweit. Delmenhorst 2 Kilometer noch entfernt. noch 1,5 Kilometer. Wir machen uns gleich bremsbereit. Leistung brauchen wir schon nicht mehr aufzuschalten, sondern dann lassen wir noch rollen. Und, ja, gehen vielleicht in Stellung 1a. Vielleicht auch schon Stellung 1b. Und jetzt noch ein bisschen mehr. Meine Damen und Herren, wir erreichen Delmenhorst um 15.53 Uhr. Pünktlich möchte ich an dieser Stelle betonen. und verabschieden uns von allen Fahrgästen. Ab hier gelten dann auch wieder 160 übrigens. Das merken wir uns für gleich. So, perfekt. Perfekt. Lösen wir wieder aus. Und, jawohl. Ein fast perfekter Halt, würde ich sagen. Und wir sind pünktlich. Ja, ja, ja. Kann uns auch mal hier vorne ganz kurz die Anschriften angucken. Okay, hier steht eben noch DB Regio AG. Region Südost, Magdeburg Hauptbahnhof. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das 100% stimmt. Weil ja die Züge nicht DB Regio gehören, sondern DB Fernverkehr. Denke ich zumindest. Ja. Aber auch schön wirklich zu sehen, wie hier die Sitzpolster ausgetauscht worden sind. Das macht das Ganze schon deutlich realistischer als nur in Anführungszeichen Repaint, das nur die Außenhaut verändert. So, Türen zu. Wir fahren leider etwas verspätet ab, weil ich zu viel rumgeguckt habe. Und auf geht's. und auf geht's. Einmal auf die 160 hoch. Nächster und letzter Halt für heute ist Bremen. Der Zug fährt dann weiter nach Leipzig. Was kommt uns da entgegen? Vektron. Lockzug. Interessant. Von Captrain, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Also ihr seht auf jeden Fall die ein oder anderen interessanten Sachen, die uns da schon so entgegengekommen sind oder einem entgegenkommen können. Sowas wie so einen reinen Lockzug gibt es auch recht selten in den Vanilla-Fahrplänen. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, dass man da groß richtig Fahrten hat als Lockzug in anderen Fahrplänen. Oh, sehr schön. Hier ordentlich was abgestellt. Autotransportwagen, Wahnsinn. Und was ist hier? 185 von Raylion. Gut, das passt jetzt natürlich nicht mal ganz so gut ins Jahr 2024, glaube ich. Aber nicht schlimm. Was mich am IC2 so ein bisschen stört, ist, dass, glaube ich, dort automatisierte Ansagen gemacht werden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich bin ein sehr großer Fan von persönlichen Durchsagen. Andererseits sind die halt manchmal schwer verständlich. Und vor allen Dingen gibt es die ein oder anderen ZugbegleiterInnen, deren Englisch sehr deutsch klingt. Und dann denke ich mir jedes Mal hoch, die armen Touris, die jetzt hier irgendwie in Deutschland unterwegs sind und auf Ansagen angewiesen sind. Und am Ende wird ihnen halt das da so um die Ohren gepfeffert, so ein komisches Deutsch-Englisch. Weiß ich jetzt auch nicht. Dann sind vielleicht automatische Ansagen doch irgendwie sinnvoller. Aber ich finde persönliche Ansagen wirklich toll. Das ist noch so etwas sehr... Ich finde, das wirkt schon fast alt. Also richtig altbacken. Irgendwie auch schön. Schöne kleine Zusammenstellung hier. Ja, herrlich. Also die Abstellgleise auch hier durchaus besetzt und belegt. Auch schön bunt. Bremen ist noch 6 Kilometer entfernt. Gehen wir noch einmal wieder hoch auf die 160. Und runter mit der Geschwindigkeit. Beziehungsweise wir lassen jetzt erstmal ausrollen. Es geht eh bergauf. Da folgt die Ankündigung auf 120. Die haben wir erreicht. Fast. So, jetzt haben wir sie erreicht. Ab hier gelten sie dann, ab dem Signal. Und das ist eine Ankündigung auf 60. So, jetzt mal ordentlich runter auf... Schnell auf unter 85. Da kommt uns eine 101 mit Intercity-Wagen entgegen. Sehr schön. Sehr schön. Das bestätigen wir wieder. Kann sein, dass bei jedem Signal dieser Ton losgeht? Geht das jetzt hier auch wieder los? Oder jedes Mal, wenn wir die PZB benutzen? Gut, jetzt ging der Ton nicht los. Interessant, interessant. Ankündigung auf 50. So. 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 Ich habe das Gefühl, es könnte ruhig noch ein bisschen mehr los sein. Andererseits ist da vorne auch ordentlich was los. Und das ist ja nur die Strecke nach Oldenburg. Ich glaube, Endwagen sind dann hier gar nicht unterwegs. Oder vielleicht nur so als Sonderzug oder so. Da kommt eine 425 entgegen. Und halt mit verkürztem Bremsweg. Eingekündigt. Das halbzeigende Signal ist dann am Ende des Bahnsteigs in Bremen. Aber bis hierhin auf jeden Fall, die Linienführung hat gestimmt. Wir waren jetzt nicht in irgendwelchen falschen Gleisen unterwegs. Wir haben keine unnötige Beeinflussung irgendwo bekommen. Das mit den Signalen hat gepasst. Also das ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau alles miteinander abgestimmt. Definitiv. Da sehen wir noch Dostos, die abgestellt sind. Da fährt noch gerade ein Regionalexpress rein. In den Bahnhof. Und dann sind wir hier. Und dann sind wir hier. Oh. Ah, okay. Ach, die PCP ist gerade losgegangen wegen der 500-Hertz-Bereinflussung. Ah. Ich dachte ganz kurz, das war jetzt eine Zwangse. So, wir sind eigentlich schon am Bahnsteig. Eigentlich müssen wir gar nicht mehr so weit vorfahren. Ich würde sagen, wir halten an. Okay. Der Fahrplan möchte, dass ich noch ein bisschen weiterfahre. Dann machen wir das auch. Ja, kleines Feedback. Das könnte man vielleicht an der Stelle noch ein bisschen besser machen, dass die Haltemarkierung nicht so weit hinten ist. Und wenn man in Range ist, ich hoffe, dass wir dann, ja, in direkter Nähe dann auch wirklich halten können, ohne dass dann der Fahrplan meckert. Aber gut, wir haben allerdings auch noch eine halbe Minute sowieso noch Zeit. Von daher passt das auch. So, jetzt können wir aber anhalten. Jawolleck. Türen auf. Und dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um, was wir hier in Bremen so haben. Wir haben nämlich hier vorne, komplett übersehen, gerade, von der Niedertalbahn. Die 628 als Moor Express. Auch interessant, der Moor Express. Bremen, Bremen, Bremenburg, Ritterhude, der Moor Express, okay. Hier kommt der RS2 nach Bremen, 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 das ist der RE nach Hannover, der RE8. Das ist der RE9 nach Osnabrück. Und hier haben wir den Metronom. Nach Bremen als RB41. Und wohin fährt er dann wieder zurück? Bitte nicht einsteigen. Na gut, tun wir nicht. Und dann gucken wir auch noch mal da hinten, was da so los ist. Dann hier haben wir auch ein paar interessante Dinge. Einerseits fährt hier gerade eine S-Bahn ein. Nach Bremenhaven. Genau. Dann haben wir hier vorne auch eine sehr interessante Kombination, die wir hier haben. 363, abgebügelte 146 und Dostos. Also was es damit wohl auf sich hat, das werden wir sicherlich auch noch herausfinden können. Dann haben wir hier die Lernfahrten, die Testfahrten. Mit dem Talent 2. Den RS4. Hier ist mal ohne Ziel. RW58. RS3. Und noch mehr Metronom-Dostos. Und da ist übrigens auch das Interessante an diesem Metronom-Dostos. Wupsi-daisy. Dass wir auch hier entsprechend den Innenraum angepasst haben. Also wirklich cool gemacht. Eryx, den haben wir auch noch hier. Und hier, das finde ich auch sehr interessant. Eine 363, eine 111 und noch eine 363. Also interesting, was dieser Fahrplan alles so zu bieten hat. Das macht auf jeden Fall Lust nach mehr. Morgen gibt es ein weiteres Video zum Fahrplan. Zu dieser Mod. Bis dahin hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Gerne schon mal Feedback in die Kommentare hier rein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.